Urdhva Virabhadrasana ist der nach oben ausgerichtete Held, auch obere Held bezeichnet. Samuel bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Gib die Beine etwa 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander, rechtes Bein 90 Grad nach rechts, linken Fuß 15 bis 45 Grad nach rechts, beuge das rechte Knie, so weit, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist, dann gib den linken Arm am Bein entlang nach hinten, hebe den rechten Arm nach oben hoch und schaue dann nach oben zum Himmel. Das ist Urdhva Virabhadrasana, der nach oben ausgerichtete Held, der Held der hohe Ideale verfolgt und seine Absichten hat, den Willen des Himmels zu erfüllen. Das ist Urdhva Virabhadrasana, der nach oben ausgerichtete Held, das durch den Willen der Held der Pickel an dem Hebel am Bein. Das ist's one-huzzer, der nach unten ausgerichtete Held. Das ist's cuts, der wenn die Held der Held,